Hallo, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich darf euch die Jasleen vorstellen. Wir haben heute etwas Cooles vor. Sie hat zwar schöne lange blonde Haare, möchte es aber trotzdem auch eine coole Bordgeschichte geschlossen haben. Bleibt dabei und schaut sie. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hoffe es hat euch aufgefallen, Jasmin ist glücklich und wir freuen uns auf den Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.